So, die Venus 2019 ist wieder am Start. Ich werde heute für euch durch die Stände gehen, dann werde ich ein Goodiebag zusammenstellen, den ihr dann am Ende des Videos gewinnen könnt. Aber das genau erfährt ihr erst am Ende des Videos. So, wir haben jetzt einige Produkte im Wert von 100 Euro von Elvita.com zur Verfügung gestellt bekommen. Hallo. Hi. Hast du neue Sachen für unsere Goodiebag? Ja, natürlich. Immer. Was hast du? Uh, ich denke, ein paar Neckläser. Ah, wirklich schön. Ja, Handmade, Real Leather, Chains, alle in Kroatien, also in Kroatien, so, ich zeige euch. Hier sind unsere Neckläser. Ich mag diese für deine Goodiebag. Okay. Ja. Ich place sie in der Backen. So, da ist dein Goodiebag. Was packt ihr von VisitX mit rein? Da müssten wir gleich mal das Team fragen. Können wir gleich mal machen und von mir kommen auf jeden Fall noch Autogrammkarten dazu. Der Werdi fände sich auf jeden Fall freuen. Ja, hoffentlich. Dankeschön. Wir packen euch jetzt nochmal von VisitX ein Bierchen mit rein. Dude, Dankeschön. So, einfach das. Dankeschön, bis später. So, die Leute vorm Stand wollten mal wieder nicht gefilmt werden, aber sie haben trotzdem was Schönes in unseren Goodiebag mit reingepackt. Wir stellen einen großen Goodiebag zusammen, den wir am Ende unseres Videos verlosen. Alles klar. Würdet ihr was mit reinpacken? Ich würde was mit reinpacken für euch. Schön. Dankeschön. Gut, dann noch einmal großen Dank. So, jedenfalls haben wir gerade eine geile Sache abgestorben. Die künstliche Beginner von Michaela Schäfer am Wert von 80 Euro. Frage ist, macht ihr was in den Goodiebag mit rein? Natürlich, mach mal mit. Wir verkaufen unseren Honig, unsere Liebepaste. Gut für Mann und Frau. Leicht Afro-Kunzi gekommen. Am besten nach dem Essen mit ein bisschen Wasser oder Honig oder Wein kann man schön mixen. Man wirkt, man fühlt sich ein bisschen wärmer, das Blut fließt wieder da, wo es hin soll. Von daher, viel Spaß damit. Ab in die Tüte. Super, danke. So, die Leute von Dreamworld haben uns jetzt schön 20 Schmuddel-DVDs mit eingepackt. In hoch auflesender Qualität. Die könnt ihr dann auch natürlich gewinnen. So, wir haben mal was Neues für unseren Goodiebag bekommen. Von dem Stand Spaß kostet. Wir haben von dem Stand hier gerade einen Kissenbezug bekommen, was ungefähr im Wert von 8 Euro entspricht. Was auch natürlich mit in den Goodiebag reinkommt. Hallo. Wir stellen einen großen Goodiebag zusammen, was am Ende unseres Videos verlost wird. Wir haben jetzt schon Sachen im Wert von 200 Euro bekommen von verschiedenen Ständen. Packst du auch was mit rein? Ja, ich würde das T-Shirt hier mit reinpacken. Hangt signiert von mir. Sehr gerne. So, mein Lieben. Ich habe den Goodiebag hoch. Da sind einmal die schönen Sachen zum Bestauen. Das sind Sachen im Wert von 400 Euro. Was ihr im Prinzip nur dafür tun müsst, ist unser letztes Video, den Venus-Song. Einmal in die Kommentare zu schreiben. Hashtag Venus2019. Und ja, mehr müsst ihr eigentlich auch nicht tun. Das war es eigentlich auch schon wieder von mir, von der Venus 2019. Und wir sehen uns dann im nächsten Jahr auf der Venus. Bis dann. Venus 2019, das Warten ist vorbei. Meine Hände sind schon wohnt, diese Zeit war's richtig geil. Ja, hab's schon vermutet, doch jetzt seh ich's offiziell. Ihr seht mehr Jungfern als bei Ariel. Bin mit Kamera am Start, deine Mama mag es hart. Hier wird mehr geschluckt, als ein Ballermann dies Jahr. Sie will Champagner, aber schlug lieber Natur-Sekt. Ich schick auf sie drauf, denn ich bin der, der nur lebt.